Heute ist der 8. Oktober 2020, der Samstag. Das ist die alte, schöne italienische Stadt Napoli. Mit einer Million Einwohnern wird durch die Stadt Kralins. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist die Altstadt von Napoli. Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020